Dann fangen wir an mit der Nummer 1 Cracking Vulkan für 4,30 Euro. Ausbruch von lauten Quistergeräuschen und glatzenden Voltfunken. Perfektuell circa 5 Meter 45 Sekunden. So, danach kommt die Nummer 2. Schweizer Supervulkan Magic Light. Blinkphase zu Beginn, danach Ausbruch von den Golffunken und noch 30 Sekunden Ausbruch von Blinkstern. 6 Meter Effekthöhe und der kostet 10,50 Euro. Gratul... ... ... Vielen Dank. So, dann geht es weiter mit der Nummer 3, Aquila Silberne Kometenabstiege mit Brillantpukets zu Rot und Grün, jeweils mit lautem Knall für 6,50 Euro, 16 Schuss, ungefähr 35 Sekunden. So, dann geht es weiter mit der Nummer 3, Aquila Silberne Kometenabstiege mit Brillantpuket, das war, wie gesagt, die Nummer 3, Aquila, dann kommt die Nummer 4, Timeout, eine neue Batterie, 16 Schuss Mix-Batterie, je 4 Schuss, roter Schweifaufstieg zum Blinker mit blauen Sternen, gelber Schweifaufstieg zum roten Blinker mit blauen Sternen, blauer Schweifaufstieg zum silbernen Kometenabstukets mit violettgrünen Sternen, dragling Schweifaufstieg zum silbernen Blinkerweiten, immer mit Knall, Preis 9 Euro, 16 Schuss, eine neue Batterie, hatten wir letztes Jahr nicht. 8. 12. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 18. 18. 18. 19. 19. 20. 21. Rass buddy, T15. 20. Dome, Effektbatterie mit silbernem Schweifaufstieg zum mächtigen Brokatkronen mit silbernen Funken, laut im Final- und Dreischlag-Final Salve. 25 mm, 19 Schuss, Trenndauer ca. 25 Sekunden, Preis 11,90 Euro. 25 mm, 19 Schuss, Trenndauer ca. 25 mm, 19 Schuss, Trenndauer ca. 25 mm, 19 Schuss. So, dann kommt die Nummer 6, Transformers, 90 Schuss, Effektbatterie, roter Schweifaufstieg zu roter Palme mit silbernem Glitzersternen, silberner Schweifaufstieg zu silberner Palme mit rotem Glitzersternen, mit lautem Knall- und Freischlag-Final Salve. Auch für 11,90 Euro, 25 mm, 19 Schuss, ca. 25 Sekunden. 45 mm, 19 Schuss. . . So, dann kommt die Nummer 7, Smoke. Blinkerbatterie, grüner Schweifaufstieg zu grünen Blinkerpuppets, silberner Schweifaufstieg zu großen roten Blinkpuppets, roter Schweifaufstieg zu großen weißen Blinkpuppets, immer im Wechselgeschossen. 25 mm, 15 Schuss für 12 Euro, ungefähr 25 Sekunden. Blinkerbatterie, grüner Schweifaufstieg. Jawohl, so, dann geht's weiter mit der Nummer 8, Vestry, große Heliosonnenwirbel mit Sonnenwirbel, Schweifaufstieg. Kaliber 16 mm, 13 Schuss, 25 Sekunden, 4 Euro. Okay, dann geht's weiter mit der Nummer 9, die Lager. Herrliche Blinker und Brokatkronen zeigen ihre völlige Schönheit, die in zwei Zweiersalten noch mehr zu tragen kommen. Weiter sind die hellsten Farben verarbeitet, die das Bild abrunden. Weiße Blinkpuppets, immer im Wechselgeschossen. Kaliber 25 mm, 10 Schuss für 10 Euro, ungefähr 25 Sekunden. Jawohl, dann kommt die Nummer 10. Die Sippia, tiefrote und blaue Päonien, umhüllt von goldenen Krecklingwolken und Blinkersternen in einzelner Schussfolge, gehen über zu V gefächerten Krecklingpuppets. Die Batterie endet in einem kolossalen Fächerabschuss mit riesigen Blokatgoldweiden und überwältigenden Goldblinkerfächersalten. Kaliber 20 mm, 53 Schuss, circa 40 Sekunden für 19,90. Kaliber 20 mm, 53 Schuss, circa 40 Sekunden für 20 Sekunden, Kaliber 20 mm, 53 Schuss, circa 40 Sekunden für 20 Sekunden, umhüllt von goldenen Krecklingwolken und überwältigenden Goldblinker, blauer aufsteigenden Leuchttknatterkormänen mit lautstarker Zerlegung in große goldene Brokatkronen, deren Spitzen sich anschließend in rote, grüne oder blaue Leuchständer verwandeln. Kaliber 30 mm, Schusszahl 16 für 8,50 Euro, Nummer 11, Kennenball. So, das war die 8, äh die 11, Entschuldigung. Dann kommt die Nummer 12, Supersonic, herrliche Blinker und Brokatkronen zeigen ihre volle Schönheit, die in zwei Zweiersalten noch mehr zu tragen kommen. Weiter sind die hellsten Farbenverweigungen, die das Bild abrunden. Weiße Blinkerbuketts, immer wechselgeschossen. Kaliber 23 mm, 36 Schuss für 11,50 Euro. Jawohl, dann kommt die Nummer 13, die Schwarze Witwe, überdimensionale Titanbultpalmen in tiefblauem Sternebuket mit fetten Titanbultschweif aufsteigend. 25 mm, 10 Schuss, ungefähr 20 Sekunden für 8,70 Euro. Nummer 13, Schwarze Witwe, 8,70 Euro. Nummer 13, Schwarze Witwe, 8,70 Euro. So, dann geht's weiter mit der Nummer 14, Hypnotica, 10 Schuss Batterie, goldflimmende Kokosnusspalme, umgeben von Rotflimmersteinen und mit Schweif aus flimmenden Titanbult aufsteigend. 25 mm, 10 Schuss, 25 Sekunden für 7,50 Euro. Hypnotica. Dann geht's weiter mit der Nummer 15. Die Virus, die neuer Batterie, gigantische lang ausbreitende Palmenmedel aus glitzernden Goldfunkenblüten mit Kröcklingspitzen, hintermalt von Titanbultenweiden mit Goldblinkerzentrum und blauen Kometenaufsteg. Kaliber 30 mm, 13 Schuss, ungefähr 30 Sekunden für 14,90 Euro, die Virus. Kaliber 30 mm. Kaliber 30 mm, 10 Schuss, ungefähr 50رك grading inexplicablybestätten ausdrhews. Kaliber 30 mm, 14 Schuss. Kaliber 30 mm, 18 Schuss, ungefähr 500 Euro, bed kämp Chaos. Kaliber 30 m, 14 Schuss, ungefähr 500 Euro, das sofortHola, tüchernden, uncoms juste Mosch, Prenvt. Dann geht es weiter mit der Nummer 16, die Nexus, silberne Feuersäulen aus lautstattem von Greggling, darüber prachtvolle Bouquets aus knisternden Gregglingwolken, 20 mm, 15 Schuss für 8,50 Euro. Dann geht es weiter mit der Nummer 17, die Starkstrom, gigantische Bouquets mit lautem Blitzerlegerknall aus titan gold, grüner und purpur Sternen, silberkronen mit purpur Bouquets und silbernen Chris Cross Crackling mit blauen Sternen Bouquets, 30 mm, 13 Schuss für 13,90 Euro, die Nummer 17 Starkstrom. Dann kommt die Nummer 18, die Eisfinks, riesige goldflimmende Brokatkronen kombiniert mit eiskalten silbernen Blinkersternen. 25 mm, 10 Schuss für ungefähr 20 Sekunden für 9,20 Euro. Dann geht es weiter mit der Nummer 19, die Mars. Kräftige blaue Kometen mit Knattersternen, helle rote Kometen mit Verwandlung zu roten Sternen Bouquets, sowie rote Kometen zu blauen Sternen Bouquets. 19 mm, 16 Schuss, ungefähr 35 Sekunden für 5,90 Euro. Dann geht es weiter mit der Wasserraube. Cassiopeia, rote Sterne, bis an dem wir mit roten Kometen, grüne Sterne, bis an dem wir mit grünen Kometen, blaue Sterne, bis an dem wir mit blauen Kometen. 20 mm, 16 Schuss, ungefähr 25 Sekunden für 5,90 Euro. Nummer 20 Cassiopeia. So, dann geht es weiter mit der 21, rauchende Coles, 70 Schuss, Megabauer Effektbatterie, 500 Gramm. Erst in vierte Reihe, blauer Aufstieg zu blauen Pumpen-Puket mit weißen Blinksternen und so weiter, also sehr viel Schuss. Das ist eine riesige Alisanei, da lese ich das jetzt gar nicht vor. Schaut es euch einfach an. 70 Schuss, ungefähr 50 Sekunden und für 24 Euro. Die Nummer 21, rauchende Coles. 70 Schuss, ungefähr 50 Sekunden und für 45ador Euro. Die Nummer 23- szcz kam Ich muss euch einfach auch an. 80 Schuss, ungefähr 30 Minuten und für 35 Mal Popenuse. 80 bis 30Min CMK! Die Nummer 21, was eigentlich gedacht, dass bei 4 Jahren achei habe ich schon noch pein und wie wirklich k夏 blue. takes am 20 sol und für 40 checkout. 40 Minuten vom 3. 50 Stunden vom 4. 50 Sekunden. Spannende Musik So, dann geht es weiter mit der 22 Bastard, auch eine 500 Gramm Box. Uli-Effekt-Patrie mit einer Komposition aus Kokosnusspalmen, Rackling, goldenen Titanpalmen, blauen Sternen, Rucke mit Palmen, 36 Schuss, 70 Sekunden, 25 Millimeter für 29,90, also eine 500 Gramm Box, die Nummer 22 Bastard. So, dann geht es weiter. So, dann geht es weiter. Okay. Okay. Dann geht es weiter mit der Flashbang, die ich vorhin schon angesprochen habe. Und zwar sind es zehn einzelne Bombenrohre, die man einzeln anziehen kann. Heute ist der Abschluss mit grüner Leuchtspur, aufsteigen und anschließend einen sehr lauten Salutschlag. Wie gesagt, die schießen wir jetzt hier gleich zehn Stück hintereinander. Und die werden in der speziellen Kasse ausgegeben, an der Bestellkasse. Macht viel Spaß. Und nun natürlich noch viel Spaß beim Feuerwerk. Okay. 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 Schuss, 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 schuss. Schuss, 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 schuss. Schuss, schuss, schuss. Schuss, schuss, schuss. Schuss, schuss, schuss. Schuss, schuss. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.